Ich kumpele es, kumpele es geht in Kacheln. Dann kann man ihn da einfach rausklimmern. Komm schon Kumpel, es gibt immer einen Weg. Wo es gleich erreicht hat, da ist in ihrem schönen Bild. Wir sind in uns an all werkt das dumme Rastung? Jeder. 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 Gut geklettert, Partner. Ich habe die Schraubauten, dass der Rüstungssystem vor mir liegt. Ich kann nicht so eine Fendestelle führen. Hey, Murray? Bist du da? Murray. Den Namen will ich echt nicht hören. Martin. Dimitri. Papa, du hast sie nicht mehr alle. Hier aufzutauchen. Dimitri. Lang, lang ist schwer. Noch immer im Knast? Und du? noch immer Panzerknacker? Lassen wir die Schmeicheleien kommen zur Woche. Du suchst einen besten Mann, Murray, Mann. Aber ihr wenigstens mal so gern im Knast. Waffe! Ja! Polizia! Warte! Wenn die Bullen nicht schnappen, dann muss ich dann doch aus. Auch wenn du die Zellen für knackst. Die Bullen würden mich auf dem Weg nach draußen ja doch schnappen. Und mir noch ein paar Jahre aufrunken. Mist! Dann mache ich die Bullen auch nicht auf langsam und auf recht. Wenn man draußen will oder auf dich schießen, kannst du hier raus. Der Plan ist ja gut. Dimitri ist frei. Und Cooper kriegt eins hinter die Löffel. Der Felschlüssel ist im Büro der Polizeicheldin. Okay, super. Das andere Schloss dürfte kein Problem sein. Das kann ich mitlesen. Bring mich hier raus. Ich bin der Murray. Kein Problem. Vielleicht will ich nur nicht von diesen Wollnerwischen kommen. Das ist ein echt Überhaus weg. Ich kippe um Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie vielen Dank für Ihre Geduld. Wir können mit dem Vortrag beginnen. Wie wir alle wissen, fließt seit einem Monat her in die Kanäle Venex. Die Ursache ist bisher unbekannt. Doch die Ausdruckungen auf die Tier- und Pflanzenwelt und den Tourismus sind verrieren. Unsere Quellen sind der Ansicht, dass dieser Dom-Octavio möglicherweise für die Katastrophe verantwortlich ist. Natürlich ist das. Leider haben wir keine stückhaltige Beweise. Ich stelle die Zukunftsbefehl für seine U-Bahn-Haus. Denn er steht noch aus. Gut gemacht. Tief los zu Simi-Kristallor und lass ihn rauf. Wenn er sein Loch hält, können wir bald mit Murray reden. Also zurück zum Thema. Wo war ich noch? Festhalten, Jungs. Der Kronen sind bei dir. Das gibt's nicht in ein paar Minuten. Wenn das nicht mehr anzieht, solltest du unter einem Tisch sein. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Oh nein. Ich kann sehen. Ich kann sehen.